so willkommen zurück es geht weiter mit vampire the masquerade swan song leute jetzt wird es langsam echt kritisch ich bin gespannt wie es weitergeht letzte folge haben wir sind wir richard auf die spur gekommen die macht irgendwie gemeinsame sache mit der sad und wir haben was über leisha herausgefunden leisha ist nicht leisha sondern leisha heißt marie so viel wissen wir und offenbar hat richard irgendwie was machen wollen aus welchem grund auch immer dieses blut brauchte und warum er die ganze zeit versucht hat irgendwie er steckt ja mit der sad unter einer decke also wissen wir sie erst auf jeden fall der verräter nehme ich mal an aber warum das denn wir wohl noch herausfinden jetzt geht es auf jeden fall erstmal weiter so wir haben mit leisha das zu ende gespielt wir sollen mit galip nach long island und mit emm sollen wir die domäne der anarchien erreichen ich aber galip scheint mir ein gutes finale zu sein genau sie geht auch nach long island und er geht ja dann auch nach long island deswegen machen wir mit eben weiter und halten es mit galip dann am ende auf gut so mit ihr können punkte verteilen wir haben 110 wir wollen sie auf gesellschaftlich lassen wir können hier auf jeden fall noch mal rein investieren würde sagen das macht doch ganz und was her oder gucken mal eine disziplin ab hier was ändern können die geometrie das klingt auch gut ja gut dann müssen wir damit leben jetzt die urmaine der anarchien rede gewandt scheiße da ist doch johnny ne das klingt Du willst mit ihm, aber nicht vergessen, dass du hier nicht willkommen bist. Danke, Saul. Ich fühle mich viel besser jetzt. Ist jemand mit ihm? Ja, die Gangleaders. Er hat sie für sie vor, bevor du kam. Warum hat er das gemacht? Warum denkst du? Er schützt seine Territory. Ich will ihn sehen. Warte mal hier. Randall! Okay, du kannst in. Mr. Thane, danke für dich zu sehen. Ich habe gesehen, du musst besser machen als das, wenn du mich intimidierst. Das ist was sie alle sagen. Saul hat mich über die S.I. Ich habe die Message. Iversen hat mich nicht zu senden, eine ihrer Lackys nach mir. Das ist nicht warum Hazel hat mich. Dann warum du hier bist? To ask for your help. The S.I. in Boston. Nobody saw it coming. And it's a real threat. But Hazel has a plan to get us out of this mess. Us? Since when is there an us? The Princess got her back up against a wall. She's willing to make a few concessions in order to get us out of this. Like negotiating with you, for example. She's completely overwhelmed, do you mean? That's one take on things. Keep going. We managed to pick up their trail from international place. We know where they're hiding. They've got a base here? Yeah, on Long Island. They're more prepared than we thought. Underestimating adversaries is your defining trait. Ja, noch eine Chance. Wir versuchen ihnen das mal ein bisschen schmackhaft zu verkaufen. But we might have a fighting chance. What? The beating you guys took wasn't enough? The Prince may be a lot of things, but she's no coward. She won't give up without a fight. As arrogant as ever. At least she's got ideas. Not everyone can say the same. So what's her brilliant plan? She wants us to cover our tracks. Destroy everything they've got on us to buy us some time. How? By sending someone over there to damage their system. Me, actually. And you agreed. Ja, wir wollen mal nicht als schwach rüberkommen. Wir wollen mal so, ja, natürlich, das mache ich mit links. Of course I did. I'd do anything to save Boston. Then you're even dumber than I thought. I don't see how your little operation concerns us. I need a diversion. Something big. An assault. You want to use us. I want your help. The court will be there too. Think about it. A joint attack tonight. Just long enough to wipe everything they've got on us. No, it's out of the question. Sir. We didn't leave the cam to better serve the prince. Let Iverson play her own hand. If she wants to throw herself on the pyre, that's her problem. Saris, tell everyone to come back. We're bringing in the patrols. Okay. 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 Forget Hazel. I'm the one who needs your help. I won't be able to pull this off without you. You chose the wrong side. There's nothing I can do for you. I already gave you my answer. You're free to rethink the choices you've made. And you're free to leave. You're making a huge mistake. Fuck. Das lief überhaupt nicht gut. Goddammit. I warned you. I can't just leave like that. We've got to be able to make him change his mind. I've already done my part. Saul, please. You can't give up on me now. Dammit, Louis. Does that mean yes? There might be a way. You're gonna have to hustle. Randall called the gang leaders here for reassurance. But they could be useful to you if you manage to convince them. Do you think they will change his mind? Their strength in numbers. You're the head of a coterie, too. They know you. If you talk to them. And then what? I've already risked my neck for you. I get it. I'll see what they're doing. I'll see what they're doing. Come on. Are you sure that could work? That one's gonna be pissed. That's the risk. Take it or leave it. It's up to you. All right. Let's say for a second I want to try. Who are they? Serious and Rafa. She's in charge of the domain's militia. He heads up a group of hackers. You'll find them inside. If I manage to pull this off. Are you with me? That's my condition. I can't go up against Randall alone. It'd be too risky. Thanks. I owe you one. You already do. Okay, I'm talking to Rafa, the alpha and the hacker. Damn it. Yeah, that's why they don't even know. They're more welcoming than at the court. Musphero. Die schleppen sich auch nur durchs Leben, oder? I think I'm alone now. Kino-Fan. Blood. Blood. Greatest and Swire. Das ist der Raum von, äh... Nightbird. When death is not the end. Hm. Gut, also, wir müssen uns darum bemühen, dass wir die Anführer überzeugen. Probier mal das. Bleiben wir erstmal oben. Das ist doch hier Dingsbum. Denn mit ihr haben wir doch gerade geredet. Ne, ist jemand anders. You shouldn't hang around here. Tandy. Da fickt mir der Schlüssel, okay. Aber das scheint wieder ein bisschen größeres Areal zu sein hier. Ein sicheres Gebiet bringt uns ja nix, weil wir können ja hier keine Leute aussorgen. Da kann ich nach Hause kommen. I don't like this, please. That must be the Baron's Office. Ah, das ist der Schlüssel? Schlüssel zu den Tunneln. Sehr geehrter Mr. Sane, ich habe mich erneut an meinen Freund gewandt, der mit Aniquitätenhändlern zusammenarbeitet, und die Antwort war negativ. Ceres hatte recht, es ist viel zu gefährlich. Die Polizei behält öffentliche und private Sammlungen im gesamten Land im Auge, und mögliche Käufer sind zu nervös, um an Risiko einzugehen. Auch die, die es gewohnt sind, mit heißer Ware zu handeln, schauen lieber in die andere Richtung. Ja, mal schade, wirklich. Ein Exemplar dieser Art, derart vollständig, muss ein Vermögen wert sein. Es wäre am besten, ein paar Jahre zu warten und es still und träumlich zu verkaufen, wenn nötig auch Stück für Stück. Aber angesichts der Aufregung um Tanjas Beutezug, werden wir wohl nie einen vertrauenswürdigen Käufer finden. Also, einen, der uns nicht an die Bullen ausliefert. Wenn wir das alte Ding nicht gewinnbringend verschachern können, könnten wir es ja ausstellen. Ich habe es aus der Nähe gesehen, ein wirklich prächtiger Dinosaurier. Wirklich beeindruckend. Es wäre garantiert der Renner bei künftigen Gruppentreffen. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie nur Fragen haben. Aha, die wollten das Ding verkaufen. Schade. Thane. Mein Erzeuger mag dem Lockhof gefolgt sein, aber nicht ich. Ich bin immer noch hier und ich behalte dich im Auge. Ich habe gesehen, was du getan hast. Wie schnell du die Gelingheit ergriffen hast, deine Domäne zu erobern und deine Hunde dort anzusiedeln. Aber dieses Land gehört nicht dir. Du bist ein Dieb, Randal, ein Parasit. Und früher oder später wirst du dafür bezahlen, was du meinen Fleisch und Blut angetan hast. Job Carver. Da liegt was. Bericht verbindet Unterstützer. Lucio. Lucio ist allgelad. Sein Ehrgeiz wird sich wahrscheinlich eines Tages gegen mich richten, aber er ist uns gegenüber immer noch loyal. Xeris hatte bereits mehrere Zusammenschlüsse mit seinen Leuten, die sich manchmal ein wenig zu sehr mit der Maskerade anlegen. Davon abgesehen, es tut es sauber. Sein Klingel sitzt in Roxbury. Rafa. Rafa ist pragmatisch und deshalb bleibt er bei mir. Er mag mich nicht wirklich, aber er versteht meine Stärke. Auch wenn es nie aus reiner Herzensgüte geschieht, haben uns seine Leute schon ab und zu geholfen. Ausrüstung, Verbindung, Sicherheit. Sein Klingel treibt sich entlang der Flüsse in Boston herum. Ich weiß nicht, ob sie feste Verstecke in der Stadt haben. Saul. Dead Ferris. Saul ist zwar mobil und sehr unabhängig, aber sie war immer da, wenn ich sie gerufen habe. Sie ist ihre Gruppe fest verbunden und wird ihre Leute zwangsläufig uns vorziehen. Ihre Crew besteht größtenteils aus Wilden. Sie streifen durch den ganzen Bundesstaat und haben ein Versteck in Dorchester. Vailman. Vailman ist der älteste Anarchie. Er hat alles miterlebt. Die Kolonisierung Bossens, die King-Jahre, den Aufstieg Iversons. Er ist der Anführer einer Gruppe Balsa am südlichen Ende der Stadt. Sein Alter ist ein gewaltiger Vorteil. Seine Unterstützung wäre ein Vorteil für unsere Gruppe. Aber Vailman ist ein stolzer Alter Narr. Er lehnt meine Autorität ab. Aber er greift nicht auf Gewalt zurück. Er ignoriert mich einfach. Nur die Abgesandte sollten bald aufbrechen, um zu versuchen, unsere Beziehung zu verbessern. In der Zwischenzeit ist alles in Ordnung. Schlüsselkarte. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Können wir eine Schlüssel hierfür benutzen? Nee, da brauchen wir einen anderen Schlüssel. Okay. Aber Johnny ist doch hier, ne? Sorry. I don't really want to talk right now. Especially not with a chick from the camp. Are you sure you're all right? No. I don't want to talk about it. It's personal. 58 Prozent. Ist nicht viel. Ich kann es auch nicht auf... Unentschieden. Nice. I came to help. And I could help you, too. I'm a good listener. You can tell me anything. I... It's just... The SI. I have a family. Do you understand? My kids? Oh. How... How old are they? Eight and twelve. I don't want to lose them. I don't want to lose them. Yeah, wir beruhigen sie mal. Cheer up. The night is still young. We're gonna get those bastards. They won't lay a finger on your kids. I hope you're right. Camarilla frowns on having a family. Is that why you joined the Anarchs? Yes and no. I'm a thin blood. It was only a matter of time. Joining the Anarchs was a matter of survival. Didn't you have any other options? I could have left the city. But where could I have gone? The Cam is everywhere. And you hate us. I was hopeless. I don't hate you. What good is that to me? You're not the Prince. I'm sorry. But your opinion doesn't carry weight. If that's your take on things, you're right. I sure hope things will change for you. For things to change? We'd need friends in the court. But that's not gonna happen anytime soon. You were right. It helps. Thanks. No problem. Did you want to ask me something? I'm looking for someone called Rafa. Do you know where I can find him? You should go check with Gladys. Where is it? Down by the docks. You can't miss it. Do you know who Ceres is? Yeah. Why? What can you tell me about her? She's at the Baron's right hand. She's in charge of security. What's she like? Not the warm fuzzy type. But she's efficient. At least that's the impression she gives off. Oh. Then we're bound to get along. See you later. Bye. She has a family here? Okay. That's a long march, I think. Well, things have sure changed around here since last time. Things made himself at home. Seems like they're a more influential. Because she had said they should go to Anna. 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 For a few dollars. The man who has nothing to lose. Monster. That Ceres seems to be pretty powerful. I'm not available. Just leave the documents and stuff on the small table. Emergency call Ceres. Okay. That's a slot. Auftragsbestätigung. Walkfall Construction. Kosten vor Anschlag. Passadenarbeiten. Beschädigte Platten austauschen. Okay. Das ist... Is that the Schlüssel for oben? Ah, then we should go back to the top. We should go back to the top. Okay. Yeah. Okay. 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 Ach, guck mal, da kann ich rüberspringen. Okay. Ach, guck mal, da kommt man dann irgendwie woanders hin. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Ah, hier könnte man runter. Okay. Was ist denn da unten? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Lagerraum. Shit, there's someone down the hall. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Kann ich wieder hoch? Ja. Ich würde sagen, wir machen das erstmal schrittweise. Aber wir können hier auf jeden Fall irgendwas machen und die Leiter runtergehen. Gut, dann würde ich sagen, ähm... Leute, weißt du, wo es mir gerade so einfällt? Ich hatte richtig Bock, mal wieder Spindercel zu spielen. Vielleicht mache ich das mal wieder. Das ist ja das Remake von dem ersten Teil in der Mache. Ich habe mal Bock, so schleichen und so... Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das wäre schon geil. So, was haben wir denn hier noch? Bad timing, I'm not in the mood. Is your machine acting up? My computer's fine. It's the network that's on the fritz. What a shithole. What the hell are you still doing here? I was told I could stay. Who told you that? Does they know? Äh... Scheiße. Da gehe ich, glaube ich, mal kein Risiko ein. I wouldn't be here, if he didn't. It's not like him to fraternize with the enemy. Are you challenging his decision? No. What do you want? You might be able to help me. I'm looking for your leader. Do you know where he is? What do I look like? His sire? Find him yourself. That's how true. I bet you know everyone around here. Including Ceres. What can you tell me about her? Go talk to Mr. Asshat. He'll know more than me. Who? Ceres' second. Yardley. You'll find him near the train car. I'm out of here. I'm out of here. Best news I've heard all night. I interrupted classic movie night. Wo ist denn der Projektor dafür? Hey, das ist doch nur eine Leinwand. Irgendwo mal ist doch der... Naja, wir sollten nicht alles so ernst nehmen. I'm not supposed to talk to you. Sorry. Gut, ja, dann haben wir noch den Weg draußen. Oh, da ist noch eine Tür, ne? Ach, das war hier, wo wir schwimmen. Okay. Oh, da ist noch eine Tür. Nicht das, wo ich da oben drüber komme, genau. Ah, hier ist ein Boxcum. Ah, hier ist ein Boxcum. Also, du bist der hinter diesen Boxcum. Ein paar davon, ja. Du bist die Frau von der Kam, richtig? Amen. Ich hörte ein paar Leute über dich sprechen. Du hast hier nicht viele Fans gehabt. Ich bin hier wegen der S.I. Ich bin kein Schmerz über was anderes. Du solltest nicht die Anarchen überraschieren. Die Anarchen? Du machst es so, wie du nicht mit ihnen bist. Ich bin Teil einer Bewegung, nicht einer Gruppe. Ich mag nicht die Label. Selbst wenn ich lieber deinen Prinz verletzen, zu einem Schmerz in der Bühne. Es gibt viele von dir, die das gleiche fühlen. Und nicht nur hier. Entschuldige mich ehrlich. Du bist hier, weil du sie glaubst? Oder weil du sie kamst? Ich muss nicht mehr von ihr damit entfangen, ich kann es empfangen. Ich kann es beinigern, und meine Gedanken machen, wie du das mit ihm bist. Euer Sie, das sind vielleicht auch rein, nicht immer bereit. Ich kann es empfangen. Ich kann es empfangen und ihre Idee ohne die Zange sein. Ich kann es empfangen. okay also durch diese tür kommen wir durch ich bleibe erst mal traut bevor ich noch die ganzen anderen so dichtstimmung ist aber echt nah ist der only here for a few hours damit relax no either you tell Saul to call off her dogs or I'll do it oh now you're the one giving me orders I forbid you to go anywhere near her do I make myself clear that's an order dumb bitch oh how can they live in that ja also ich habe den transformator repariert aber service ist unzufrieden wir möchten nicht dass ich weiter an dem ding herumpass also hör auf es ständig kaputt zu machen ja das scheint wirklich ein kleiner pisser zu sein ach guck mal einer an da geht es runter in die kanalisation okay ich glaube erst mal oben also wir haben hier auf der ebene entsprechend moment einleiten aber die benutzen offenbar den ich weiß nicht wie dir sein nebel noch mal heiß bei der unreal engine gott ist das hier riesig wo ist johnny ich weiß nicht wie es ich weiß nicht wie es ich weiß nicht wie ich versuche ich weiß ich werde Ich habe immer gefühlt dieses Spiel. Ein straight, 4-of-a-kind-flush. Ich habe meine Rolle gespielt von Highrollers. Hey, was hast du gesehen? Hey. Was willst du? Das ganze Domain. Die Warehouses. Die Docks. Das ist alles zu Thane? Ja. Das ist sehr großartig für nur einen Mann. Er ist nicht alleine. Er hat uns. Und dann ist er Serras' Gang. Sie leben hier? Das ist eine Art Art. Thane shares das Domain mit ihnen. Das ist für ihn. Logisch ist es eher so. Er hält seine Freunde close. Das Thane tritt seine Retainers gut? Um... Well... Come on. Es ist nur zwischen dir und ich. Es ist nur, dass... Wir haben nicht viel zu sprechen mit ihm. Never, eigentlich. Er erinnert uns meistens die Zeit. Du hast nie mit ihm gesprochen? Nein. Wir bekommen unsere Orders von Serras. Thane. Wir sind nicht von ihm. Das ist sehr seltsam. Ich lasse dich zu dir, Gabe. Nachdem. Ganz schön verschachtelt hier. Ich nehme an die Docks sind unten in der Kanalisation aber rum verstecken. Okay, hier kann man sich Blut besorgen. Hey! Ist jemand hier? Was sind denn das für Typen? Äh... Ich schätze mal schon. Hier ist noch ein Zugang. Okay. Hier ist noch ein Zugang. Okay. Ein sicheres Gebiet. Tja, aber wir sollten uns vielleicht mal ernähren oder? Sieht schon sehr kritisch aus. Nur eine Sache, die ich beim letzten Mal nicht gut gemacht habe. Wir sollten auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Also ein paar Punkte investieren. Wird doch grad nicht irgendjemand geschrieben, ne? An alle. Wir werden ein paar Nächte damit aufhören, sterbliche zusammen, bis sich die Lage beruhigt hat. Wir werden uns weiter Saftbeutel holen, aber besser verteilt. Nicht mehr als einen jede zweite Woche. Und wir werden häufig das Fahrzeug wechseln. Redner kennt jemand bei einer Werkstatt, der uns ein paar Autos leihen kann. Keine Lieferwagen mehr. Die sind zu auffällig. Bleib wachsam. Die haben aber auch diese Kisten hier, ne? Ja gut, da wird wahrscheinlich das Blut drin sein. Ja, lösen sie immer von ihrem Leid, oder? Was? Ja, das steht. Bleib Wahrhaft. Du bist so. Es gibt so. you're so. Das ist mir auch drin. Ja, das ist mir. Sie sind ein Rad. Du bist so. Disziplin in Aralong, okay. Die müssen sich erst töten, bevor wir hier jemanden noch zulässig reinholen können. Gut, 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 dann gehen wir mal weiter draußen gucken. Du. Was? Ich fühle mich Angst. Warum? Jeder mich betrifft auf mich. Ich muss mich machen. Und wenn ich falsch wähle... They'll meet their final death. That's not easy. But you're fierce. Saul told us about you. She trusts you. As long as she does, you're welcome here. That's nice. But I'm not planning on sticking around here long. I belong to the court. Is that really what you want? Gute Frage. Eigentlich nicht, oder? Aber ja. I'm safe there. It's all I've ever known. Fear of the unknown. I've got everything I need. My business. I can't leave it all behind. That's too bad. Thanks for answering. He's nuts. Should've left two hours ago. What are we waiting for? For Thane to change his plans. What they just told us is big news. I'm not gonna wait around here forever. You'll do what Saul tells you to do. Period. If you don't like it, you can go drown yourself in the bay. This is the evening of Saul and you can do for the show over there. Come on. I've got to get out of here. I need help if I want to survive on Long Island. Saul takes us to your club sometimes. They're alright. Ah, danke. Da hinten ist, sind die Docks. Are you MM? Welcome. I heard you got some kind of plan to get us out of this. Yeah, something like that. Saul's taking some big risks for you. If it doesn't work, it'll work. We'll see about that. Okay. Ja, der Karin haben die. One more hour or two. Until then, stay cool. Saris and our bunch are on edge tonight. I don't want any trouble. Got it? Yeah. This is... This is here, right? Get the hell out of here! Net. If it isn't Mothersoul's little favorite... Ah, what was your name again? MM. That's right, the chick with the clubs! Everyone's got their eye on you tonight. Better watch your step. Ha, 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 ha. Yeah. Thanks for the advice. Wo ist denn Johnny? Wir haben die doch hier hingebracht. Saro. Der Bay ist auch mal auf der Suche nach dir. Treffpunkt ist die Tankstelle. New and Poison. Okay. So. Treffen heute Abend an der Ecke, San James in Washington. Okay, bis später. Planänderung sehen wir uns hier in Treffung am Ground. Bleibt heute Nacht cool. Macht keine Wellen. Ist was passiert? Ich erkläre es euch dort. Place it. Hey, hast du schon das neue Album von Gimstam gehört? Wie bist du da rangekommen? Meine Kleine arbeitet für ihr Label. Becca? Yep. Gib es dir, wenn ich damit fertig bin. Etta. Ich habe gehört, dass eine Gruppe von Wilders in Matapan hockt. Ja, ich habe Isabelle darüber reden hören, aber es ist nicht unser Theaterium. Wem gehört das denn? Den Spießern von der Cam. So, dass wir es auf sich beruhen lassen. Und? Was hattest du von den Neuen? Das Mädel von der Cam? Ja, Johnny, glaube ich. Oh! Keine Ahnung. Mal schauen, was Samuel sagt. Sie ist schon bei ihm? Ich sehe, er wollte sie sofort auf die Probe stellen, um zu sehen, ob sie das Zeug dazu hat. Fortsetzung folgt. Ich habe ein Leder. Treffen wir uns in der Werkstatt zum Testen? Cool. Ist so gegen eins gut für dich? Ja. Hast du noch immer deinen DB-Kontakt? Ich habe mein nächstes Tattoo gefunden. Ich kann mich nicht zwischen Strahlen der Drache und Fugtlissemacht entschauen. Äh, meinst du das ernst? Egal. Kann es kaum erwarten, das Resultat zu sehen. Treffen bei Thane. Ich habe diese Arschlöcher echt nicht vermisst. Ich auch nicht. Wo ist Johnny? Ich habe die Arschlöcher und Fugtlissemacht. Ich habe die Arschlöcher. Ich dachte, dass ich dich wusste. Aber es ist, dass ich gerade auf der Ebene habe. Willkommen in der Jungen, Siss. Du kennst, deinem Message vorhin. Bei der Zeit, ich dachte, dass du wirklich die Plunge wollte. Oder dass du uns mit uns gehst. Ich habe deine Hoffnung. Ich bin ein bisschen verreundet. Ich denke, dass du dein Platz hier hast. Du solltest dich überdenken. Nicht heute Abend. Ich weiß. Aber wenn du Fragen hast, lass mich wissen. Ich möchte zu sehen, Sarris. Aber ich muss wissen, dass du mehr über sie vorst, bevor ich gehen soll. Was willst du wissen? Was ist sie? Du hast einen wirklichen Workout. Ich habe nie jemanden wie sie als Stubborn als sie. Sie ist loyal. Ich sage das für sie. Was ist sie mit der Kamm? Nein, nicht existent. Wie die anderen. Nicht erwarten, dass sie die Willkommen aussehen, Matt. Ich habe gedacht. Das ist ein cooles. Das ist sie, dass sie sehr wichtig sind hier. Sie ist Randall's right hand. Sie hat die Sicherheit in seinem Domain. Sie und ihre Leute sind diejenigen, die zu tun, um hier zu kommen. Woher du gehst? Ich verliere mich. Dorchester. Each gang hat ihre eigene Hände. Wir haben nicht oft zusammen. Wie kann ich sie mit mir vertreten? Wissen Sie, du musst dich mit den Händen. Sie ist eine praktische Person. A no-nonsense type. You won't get anywhere making puppy eyes. You underestimate me. I've got everything I need. Thanks. I need to know more about Rafa. Can you help me out? Mmm, not really. Sorry, he keeps a low profile. You must know something. Nothing you don't know already. He's a hacker. He's the head of a group of hackers. That's pretty much it. That's nothing. I warned you. His henchman would be able to tell you more than me. I'm leaving. I'm counting on you, Louis. Also, sie ist ja stur und über Rafa wissen wir gar nichts. Schade, dass sie sie nicht nach Johnny fragen können. So, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier mal, äh, Schicht im Schacht. Und dann würde ich sagen, was haben wir denn hier jetzt noch? Wir haben das Gebiet. Da hinten geht's noch weiter, ne? Und wir haben dann noch hier die... Geh da mal gucken. Das sind die Docks, oder? Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier einen, einen, einen Cut. Und... Und die Docks ist ein Schiff, okay? Und dann, äh, schauen wir mal. Wir kommen um auf die Dächer. Und wir können nach unten in die Kanalisation. Es gibt noch einiges zu tun, deshalb ist ganz schön groß. Ähm, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, ich bin weg. Danke fürs Anschauen. Tschüss.